SADAME HELL Und ein Schwert holen, beziehungsweise einen Stein, der übernatürliche Kräfte hat und den wir vor Lord Tenrai finden müssen. Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an hier. Jo, wie gesagt, ich nehme jetzt die Folge direkt nach dem letzten Part auf. Und ja, wir sollen das Jotosh, die Jotoshchwerter wiederholen. Okay, alles klar. Ja. Wir sollen uns also vor einem großen Schatten hüten. Oh, was ist das denn hier? Uiuiuiui, okay. Ah, wir müssen die alle mitnehmen. Ah, ich verstehe, das ist jetzt das Level mit dem Friedhof, wo wir bei Rekimaru schon waren. Und ja, genau. Würde ich sagen, fangen wir hier direkt mal an. Was haben wir denn hier? Ist hier oben irgendwas? Ne, da ist nichts. Okay, schade. Gut, dann würde ich sagen, jetzt einfach mal hier der Nase nach. Und, oh, ich habe hier ein paar kleine Soundbugs. Da hinten! Ah, ja, genau. Das ist nämlich dieses Zombie-Level hier, wenn ihr mal guckt, ne? Ne, ne, ne. Oder doch, bei dem geht, glaube ich, Gift rein. Äh, äh, Gift. Oder? Nein! Das funktioniert nicht! Okay, bei denen muss ich jetzt mehr aufpassen. Oh Gott. Okay, und? Und zack! Nein! Oh! Oh, scheiße! Hä? Was ist das? Die sterben nicht? Warum sterben die nicht? Ach Gott. Was ist das denn? Muss ich mich an denen vorbeischleichen? Oder was? Ich muss an denen vorbei? Okay. Ah, was ist das denn für ein Scheiß? Ah, die kann ich nicht töten. Ich probiere es jetzt gleich nochmal. Ob ich die töten kann. Aber es könnte sein, dass das sowas ist wie bei Rekimaru. Äh, mit dem Level da in Fürst Kodas Schloss, dass man da halt sich drum rumschleichen muss. Ja, das kann sein. Weil wenn ihr euch mal die Gestalter anguckt. So, ich weiß jetzt nicht, was mit dem ist da. So, kann ich den killen? Ich kann ihn nicht... Ah, Entschuldigung. Ich kann ihn nicht töten. Alles klar. Okay, dann ist das... Äh, dann muss ich mich hier drum rumschleichen. Dann ist das blöd. Dann ist das extrem blöd. Okay. Dann ist das eine andere Nummer. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, das stand ja auch im Dings-Text, ne? Im Level-Text. Dann muss ich mich an denen vorbeischleichen. Ja, lach. Spass dich. Ah, was hast du denn? Ein Heiltrank direkt am Anfang. Wie geil. Hä? Man kann hier hoch. Okay, geil. Naja, egal. Gut, also dann vor diesen Zombies abhauen. Ich verstehe. Äh, kann ich hier überhaupt Gegner killen dann? Gibt es hier nur die, oder was? Hä? Ich höre hier einen, äh, einen... Da, den kann ich, glaube ich, killen. Bin ich mir aber auch nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube... Ah. Da ist noch ein Ninja, okay. Krass. Und zack, weg mit dir! So. Das ist ein Ninja. Ja, den Ninja müssen wir auf jeden Fall killen. Aber wie das jetzt mit dem anderen da ist, diesen anderen Typen da... Weiß ich gerade nicht. Boah! Fast runtergefallen, ey. Kann man den auch killen? Hm. Weiß ich gerade nicht, ne? Kann man den killen? Kann man den killen? Ne, den kann man nicht killen. Scheiße, den kann man nicht killen. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Fuck. Ah, blöd, egal. Okay, dann kann man hier nur die Ninjas killen. Ich verstehe schon. Ah, jetzt hör doch auf, ey. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Hä? Was ist das hier? Hä? Hä? Okay. Ja, ey, das bringt nichts. Das bringt nichts. Äh, ich muss irgendwie... Ah, das ist doch mal ein... Ah, das ist so blöd verwirrend hier. Das ist doch blöd verwirrend hier, alter. Wirklich. Was ist das? Was soll ich damit machen? Ey, jetzt kannst du mal weggehen, Alter. So. Was ist das da unten? Da ist auf jeden Fall ein roter Punkt. Aber was soll ich da machen? Das ist ja jetzt auch noch so ein Thema, ne? Was soll ich damit machen mit den roten Punkten? Hä? Ah, das ist ein bisschen merkwürdig. Und da geht's rein. Okay. Ja, das heißt, ich muss mich an denen vorbeischleichen. Und hier irgendwas machen. Keine Ahnung. Äh. Was muss ich hier machen? Was? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ah, ich glaub, ich hab's schon. Na, geh halt vorbei. Oh, nein! Was? Ah! Na toll! Okay, ich komm hier mal raus. Was? Na, super. Okay. Da ist doch einer! Boah! Krass. Ja, die Ninjas, die können wir auf jeden Fall killen. Und! Nein! Fuck! Fuck! Shit! Ah! Scheiße! Da hat er sich umgedreht, ey! Das war dumm! Penner, ey! Das war blöd, Alter! Ich hätt länger warten sollen, ich Idiot! Ja, shit! Okay, alles gut. Alles gut. Kein Problem. So. Ja, ich glaub, Großmeister kann ich jetzt eh schon knicken. Moment mal. Oh. So. Ist das ein Ninja? Oder was ist das für einer? Ja! Das ist ein Ninja, okay. Alles klar. Den können wir ja killen. Ja. Ah, ich bin zu spät, oder? Ich bin zu spät, oder? Ne, das geht noch! Geil, okay. Sehr schön. Ach. Alles klar. Oh, Slowdowns. Naja. Egal. So, hier geht's jetzt zwei Wege lang. Zwei Wege lang. Ah! Oh mein Gott. Boah, hab ich mir erschrocken. Blöde Katze. Ah! Eine Rauchbombe ist sehr schön. Vielleicht irgendwo hoch oder so. Ah ne, dann war hier nur die Rauchbombe. Alles klar. Dann geht's ja direkt mal wieder hier an der Katze vorbei. Genau. Hallo. Hahaha. Jo. Dann gehen wir mal weiter hier. Wir sind auf den... Uah! Stopp. Ich hör doch da ein. Wir sind hier auf den Spuren von dem mächtigsten Schwert hier im ganzen Tingshu-Universum. Ah, da muss ich mich dran vorbeischleichen. Links oder rechts rum? Das ist das halt. Rechts gibt's bestimmten Bonus-Items. Das kann ich doch bestimmt auch... Moment mal. Das kann ich doch bestimmt auch so machen. Indem ich einfach den Kletterhaken da hinten hinschmeiße. Ah, Moment. Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab... Ich will nämlich nicht entdeckt werden hier von dem. Dass ich da nicht einfach... Dass ich den nicht da hinschmeißen kann, den Kletterhaken. So, jetzt. So. Und an dem vorbei. Oh! Ja. Einfach hier vorbei und... Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Oh, Mann. Ich bin in der... In der... Klemme. Fuck. Ich häng hier jetzt in der Klemme fest. Oh, Mann. Boah! Fuck, Alter. Geh bitte weg, du komisches... Etwas, Alter. Hier am Wasser muss ich mich jetzt nämlich auch aufpassen, ne? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warum geht das nicht so jetzt? Komm. Halt dich da fest. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Puh. Nichts passiert. Okay, rechts ist nix. So, was haben wir hier noch? Ja, jetzt ist der da hinten. Alles klar. Was geht mit dem, Alter? So. So. Und zack. Ja, das muss ja so. Damit... Damit ich halt nicht von dem entdeckt... Wer hat er, ne? Lass mich raten. Jetzt ist hier ein Gegner, oder was? Aber das wär zu krass gewesen. Hier ist echt einer. Hier ist echt einer. Alter. Wir raten da vorne. So, Moment. Da ganz hinten, okay. Aber hier ist auch noch... 80. 83, was? Ganz hinten. Wow! Och, du Scheiße. Was soll das denn? Den kann ich nämlich nicht killen. Ist das Problem. Ja, shit. Oh! Okay. Aber jetzt... Alter Schwede. Ich kann die beide nicht killen. Ich kann aber hier rein. Was haben wir? Ah! Ein Item. Ist das Linie am Wiedergebot, oder was? Ah, Medipecs. Geil. Okay. Davon nehm ich mal eins. Guten Hunger, Ayameh. Äh... Ja. An dem muss ich erst noch vorbei. Ich geh erstmal nach rechts vorbei. Äh... Ach, Moment. Ich bin doch blöd. Ich kann doch das hier nutzen. Da sieht mich nämlich keiner. Ja. Ich bin unsichtbar jetzt. Ha! So einfach kann's gehen, ey. Ich vollidiot. Ich hab ein unsichtbar Item hier. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das... Ah! Das gilt nicht für immer. Fuck! Ich dachte, das gilt für immer. Ah! Ja, toll. Jetzt häng ich hier fest. Super. Jetzt kommt der natürlich hier hin. Ist klar. Ah... 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 Oh man, wie soll ich das denn machen jetzt? An dem vorbei. Okay. Ja, keine Ahnung. Der dreht sich doch rum! Ah! Ah! Oh Gott! Ah! Ah! Ah... Shit! Der hat mich noch entdeckt. Das blöde ist echt, dass ich die nicht killen kann, ey. Ups. So. Das ist echt die Scheiße, ey. Ich muss doch irgendwie an dem vorbei, Mensch. Wie soll ich an dem vorbeikommen, ohne dass der mich entdeckt? Der entdeckt mich eh jetzt. Ja. Ah, nein. Nein, er hat mich nicht entdeckt. Oh mein Gott. Wie geil war das denn? Okay. Gut, dann. Hä? Ah, okay. Es ist nur zugegangen hinter mir. Alles klar. Was haben wir hier? Das ist auch zu, okay. Hier könnte ich zurück, aber das will ich gar nicht. So. Ist das ein Ninja? Ne, das ist wieder ein Krippel. Okay, ich verstehe. Ah. Und? Was ist das hier? Ah. Was soll ich hiermit machen? Hallo? Ja. Was soll ich hiermit machen? Sag mal. Ah. Okay. Alles klar. Ich verstehe. Ich muss die einfach alle kaputt machen. Diese Dinger. Okay. Ich verstehe. Wie soll ich das machen? Ohne, dass der mich entdeckt. Viel zu krass. Äh. Hallo? Äh. Und? Ach. Mann. Da kommt man doch nicht dran vorbei. Ist mal ehrlich. Ja, jetzt. Ah. Ah. Toll. Ah, jetzt bin ich hier draußen. Okay. Ah. Dieser fucking Ninja da. What? Ah. Ist der jetzt unten? Ah. 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 Was ist das denn? Das. Das ist echt die Scheiße, dass ich den nicht... Alter. Alter. Ähm. Kill ich den jetzt so. Ah. Mein Gott, Alter. Ey, wie soll man... Oh. Holy shit, ey. Wie soll ich das machen? Ja, guck mal. Ich hab zwei Zeichen. Bis jetzt. Und diese Kack-Typen oder Zombies, die kann man halt nicht killen. Das ist... Oh. Was ist das? Oh mein Gott. Alter. Ah. Das ist einfach ein Versteck, okay. Oh. Gott sei Dank. Boah, ey. Da hab ich mich einfach echt konzentriert. So. Drei Zeichen. Puh. Wenigstens die Zeichen will ich voll kriegen. Zack. Mach das weg. Okay. So. Äh. Rechts. Boah, ist das ein krasses Level. Das ist ein krasses Level. Wirklich. Wirklich. So. Da. Aber das ist auch nur ein... Ich probier noch mal, ob man den nicht killen kann. Die kann man nicht killen. Die kann man nicht killen. Die kann man nicht killen. Das ist... Das ist echt suboptimal, ja. Der hat mich aber nicht entdeckt. Ne, ne. Der hat mich nicht entdeckt. Das ist echt scheiße. Aber was will man machen, ja. Gibt's hier noch irgendwas? Was ist das hier? Alter, wo bin ich hier überhaupt? Ich bin hier um... Friedhofer, ey. Das sieht hier aus wie bei Acuji the Heartless. Ah! Was? 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 Oh. Oh mein Gott. Alter. Lass das doch. Mach doch nicht sowas mit mir. Ja! Alter. Mach doch nicht sowas mit mir, Freunde. Oh. Oh. Okay, ich muss da hinten hin. Und lauf einfach. Ah, nein. Lauf doch. Boah. Okay, lauf und... Einfach die ganze Zeit springen, oder was, ne? Ja. Einfach die ganze Zeit springen. Hä? Hä? Oh, Mann. Ach, dann... Kill ihn halt. Den kann man auch nicht killen. Alter, was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße, wirklich. Warum, wenn man die Gegner nicht killen kann? Oh mein Gott. Wenn man den nicht killen kann, ne? Also, wenn man keine Gegner killen kann, ist Tengshu echt scheiße zu spielen. Schaut mal hier. Wenigstens das. Wenn man keine Gegner killen kann, ja? Oh, Mann, oh, Mann. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß noch nie, was das ist. Ein Kopf irgendwie. Keine Ahnung, ey. Da habe ich mit Rikimaru, glaube ich, wirklich das Leichtere ausgewählt, hä? So. Jetzt aber aufpassen. Mensch. So. Wo, wo, wo? Was? Ah, ne, nicht Pause. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch eine Scheiße. Ich glaube, ich kriege jetzt... Ich hoffe, ich kriege jetzt gleich nochmal die Chance, die alle zu killen. Was ist das für einer? Ist das ein Linie, oder was? Ne, ist auch nur so ein Scheißkopf. Ja, dann. Keine Ahnung, dann. Oh Mann, ey. Was ist das für eine Kacke? Ja. Sehr schön. Und geht da hoch? Nein! Warum gehst du runter, ihr Amme? Oh Mann. Warum geht... Äh, ii. Warum geht die runter? Die soll sich doch da oben... Festhangeln! Nein! Alter. Mensch. Ey. Wie oft wird... Moment mal, was ist das für ein Kopf? Geh da doch hoch! Oh Gott, fail, Alter. Fail. Scheiße. So eine Scheiße, ey. Wirklich. Da muss man doch hinkommen. Da muss man doch irgendwie hinkommen, sag mal. Ja, vielleicht... So, hä? Auch nicht! Die geht da... Die fällt auch runter. Warum fällt die immer runter? Aber jetzt... Äh, Mann! Äh... Scheiß-Level. Scheiß-Level. Richtige Scheiß-Level, ey. So. So, richtiges Scheiß-Level, ey. Äh, was geht hier? Hallo? Hallo? Äh, warum hab ich hier geschlichen? Ah, da open. Alles klar, so. Richtiges Scheiß-Level. Ich hoffe, dass ich wirklich die Möglichkeit kriege, die jetzt gleich alle zu killen, ey. So, das ist jetzt nämlich der vorletzte... Ah! Bereich. Ich muss auch schon hier so ein Scheiß-Krüppel, ey. Ah, ich komm von der anderen Seite! Da ist ein Ninja, okay. Und da unten ist noch ein Ninja. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Ach, du Scheiße! Ich schmeiß den mal dahin. Ah, der ist zu nah! Esst den, ist okay. Komm, esst den und dreh dich einfach um. So. Dreh dich um. Ah, nein! Mach doch nicht deine... Deine Hampelein da. So, jetzt. Boah, Alter! Oh, Gott sei Dank. So, da ist aber jetzt der andere Typ, den ich nicht killen kann. Ah, ja. Ja. Hä, was? Wer sieht... Mach das doch kaputt! So. Ah! Ah! Ja, toll. Jetzt hab ich den Ninja hier am Arsch. Super toll. Nein, du findest mich nicht, Junge. Vergiss es. So. Reicht. Reicht. Ich hoffe wirklich, dass ich die Gegner jetzt alle noch killen kann. Gleich. Oh! Okay. So. Der Krippel geht weg. Der Ninja dreht sich jetzt auch. Alles klar. Sehr schön. So! Mein Gott, ey. Das ist ja ein mieses... Ah! Ein mieses Level. Ein richtig mieses Level, ey. Shit. Mit Rikimaru hab ich den einfachen Weg genommen und deswegen bin ich jetzt mit Ayabe wahrscheinlich auf dem schwierigeren Weg. Hä? Ah! Dummer Krüppel! Ey! Jetzt mal ehrlich. Wo ist der? Da! Okay. Alter Schwede. So, jetzt lauf, 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 lauf. Einfach weg. So. Okay. Das ist echt scheiße, dass man die nicht killen kann hier, ey. So. Dann jetzt aufpassen hier. Ich hasse solche Level, ey. Wo man keine Gegner killen kann. Was soll der Scheiß? Ach! Gott sei Dank. Ich hab mich schon wieder so erschrocken. Ist das eine Ninja oder was? Moment mal. Kann man hier drüben hin? Ja, da kann man hin. Warte mal. 79. Was waren hier? 79. Hallo? So. Eine Sekunde. Dann geh ich mal da hinten rüber. So. Geh mal da hin. Und. Ah! Was? Ach da. Ah. Alles vor... Oh Gott, Alter. Was ist das denn? Geh doch weg. Aber kann ich da runter? Wahrscheinlich, ja. Nein! Warum entdeckt er mich denn? Warum geht er nicht unten? Oh! Ey. Oh ja, jetzt ist da auch noch ein Ninja. Alter Schwede. Scheiß Level. Killt euch bitte gegenseitig. Nein! Lasst mich doch hier. Ah. Mann, ey. Lasst mich doch hier. Ey, das ist ja richtig... Scheiß Level. Scheiß Level. Mein Gott. Komm hier hoch, bitte. Der Ninja kommt bestimmt gleich hier hoch. Der Ninja soll hier hoch kommen. Sehr schön. Ah? Kommt er hier hoch jetzt? Nee, er kommt nicht hier hoch. Oh, Mann. Was ist das denn, Alter? Der andere ist oben. Okay. Alles klar, dann kann ich den ja jetzt killen. So. Mein Gott, ey. Was soll denn das? Das ist so ein Dreck hier. So, da muss ich rein. Aber erst, wenn der weg ist. Oh, Mann. Meine Fresse, ey. Was sind das auch für Gestalten hier? So, direkt weg. So. So. Ja, wie gesagt, wenn man hier keinen Großmeister kriegt, ich glaube, das ist auch keine Schande. Weil das ist ja wirklich... Wirklich, wirklich heftig hier. So. Ah, schaut mal da oben. Da oben. Komm schon. Halt dich da bitte fest. Ah ja, ne. Hä? Komm schon. Du sollst dich da festhalten, da oben. So. Okay. Alles klar. So, jetzt. Aha. Okay. Item. Ninja Wiedergeburt. So. Dann haben wir hier ja oben. Hier oben ist... Ah, da muss ich sowieso hin. Ne, Moment. Vielleicht kann ich ja noch einen Gegner mitnehmen. Ja, die Zeichen hier, die... Hab ich nicht gefunden. Keine Ahnung. Was damit ist, ey. Kann ich hier nicht raus irgendwie? Ne, kann ich nicht. Oder doch? Ne. Da kann ich nicht raus. Oh, Mann. Okay. Da muss ich halt zum Ziel. Oh. Ah. Oh. So. Okay. Dann was ist hier jetzt? Warum muss... Warum hat der gesagt, dass ich hier hin muss? Was ist das denn? Was ist das denn? Scheiße. Oh mein Gott. Was ist das? Ah. Lau. Trink. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh. Oh. Kommt hier auf einmal so ein scheiß 8-Boss. Oh Gott. Was soll das denn, Alter? Und? Oh. So. Egal. Komm. Ist mir scheißegal. Nein. Huuu. Scheiße. Oh Gott. Lauf. Lauf. Lauf doch. Ah ja. Was machst du? Huuu. Oh mein Gott, Alter. Da ist noch ein Heiltrank. Oh Gott. Ich glaube, der Kopf... Trinkt das. Boah. Scheiße. Da. Hier. So. Da ist ein Heiltrank. Oh mein Gott, Alter. Boah. Ey. Boah, was ist das für ein Vieh, Alter? So. Ich habe ja einmal den hier wieder gewohnt. Und... Ja, geschafft! Boah. Boah. Ja, toll. Direkt Level vorbei. Fuck, ich konnte ihn nicht killen. Ja. Ja, schlecht. Schlecht. Ja, schlecht. Bitte nicht meckern, Leute. Aber das war wirklich... Das ist jetzt der erste Durchlauf von dem Level. Und... Ja. Das Level war einfach... Einfach scheiße, muss man ganz ehrlich sagen, oder? Bitte nicht meckern oder... Böse kommentieren. Es ist einfach... Ja, ich weiß auch nicht. Man kann keine Gegner killen. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie... Ein richtiges scheiß Level. Ich weiß nicht. all of his men to find the Jewel of Heaven before it fell into the hands of Tenrai but to no avail. An old sage named Zenosuke who lives in a red house in the Ronin village was rumored to have information regarding the whereabouts of the Jewel of Heaven. Tenrai's men also have heard of this rumor and are already at the Ronin village. You must go to the Ronin village to meet Zenosuke. Ah, this level. Okay, with the Ronin-Dorf. Yeah, this level. I don't know what that was. Actually, you know, I have a better statistic to get, but at this level... Alter Schwede, there is no way to find out. You must all Ninjas kill and all the others leave, because they can't kill them. That's sick. That's sick. That's sick, a Ghost-Meister to get, let's be honest. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. No matter what. Yeah, friends, I hope that the plot had trotzdem gefallen, even if it was a bad statistic. And, yo, I'll say we'll do the next time in the Ronin village. And then I'll say I'll finish it first and I'll go up and do it. And, yo, I'll say we'll have a nice day and a nice day. Bye-bye. So...